Good morning, good morning aus Volzberg. Wir sind die Freiwillige Stadtfeuerwehr in Volzberg, haben gestern alles vorbereitet für den Sicherheitstag und für den Landesjugendleistungsbewerb in Volzberg. Am Sicherheitstag waren sehr viele Einsatzorganisationen sowie soziale Vereine vor Ort und haben gezeigt, was sich hinter den Kulissen abspielt. Es hat dann auch eine Einsatzübung gegeben mit Bergrettung und Feuerwehr. Dann ist es gleich weitergegangen auf zum Jugendleistungsbewerb und Wissensspiel. Ja, es sind fast 4000 Kids angetreten und ich muss sagen, es war wirklich sehr spannend. Ja, es waren wirklich alle sehr fleißig, vor allem bei den Temperaturen, die wir gehabt haben, war es wirklich echt eine große Leistung. Bei über 1200 Durchgängen haben die Kids wirklich ihre Leistungen messen können und man muss wirklich sagen, sie waren sehr motiviert. Klein, ganz groß, Feuerwehrjugend, ein starkes Stück Freizeit. Wir gratulieren zu den wirklich sehr großartigen Leistungen, wünschen alles Gute und danke, dass ihr dabei wart. Grüß euch!